Es gibt sich kaum, malt man den Deppen, da kommt er auch schon angefahren. Herr Hottlmann, kommen Sie mal bitte. Nicht während der Fahrt mit dem Fahrer reden. Für wen halten Sie sich schon wieder hier? Ich war heute künstlerisch aktiv. Ich habe sie gemalt. Und zwar nenne ich mein Porträt. Hottlmann wird vom Blitz getroffen. Wollen Sie es sehen? Ja, das würden Sie gerne live sehen wollen. Ich würde das Bild auch gerne sehen, ja. Ah, nee, hä? Das ist Millionen wert. Da brauchen Sie mir nichts zu erzählen. Was können Sie? Sie können nichts. Ich zeige Ihnen gleich mal, was ich kann. Sagen Sie mal. Sagen Sie mal, so bin Sie oder was haben Sie denn jetzt hier gemacht? Ich darf Sie da nicht anfassen. Da habe ich Ihnen symbolisch mal den blauen Fleck verpasst, damit Sie mal wissen, wie das ist. Passen Sie mal auf, dass Sie nicht gleich einen blauen Fleck haben. Wofür war das denn? Passen Sie mal auf, dass Sie für die dämliche Frage nicht gleich noch einen blauen Fleck kriegen, der dann auch blaue Flecken kriegt. Verdammter Mist, was soll denn das hier? Ja, ich kannte Sie nur. Oh, Chefchen, ey. Ich habe da nicht mal richtig angefangen und der dreht schon wieder durch. Wie ziehe ich denn den Dreck jetzt hier runter? Oh, ich habe da nicht mal richtig angefangen und der dreht schon wieder durch. Oh, ich habe da nicht mal richtig angefangen. Oh, ich habe da nicht mal richtig angefangen.